Einige der Männer werden dem Befehl sicher nicht Folge leisten. Glaubst du, wie viele Menschen Scar töten musste, um den Stein der Weißen herzustellen? Was ist das? Ist dir... Es ist nun mal so, meine Spezialität ist die Herstellung von Bomben. Für deren Entschärfung habe ich mich nie so recht interessiert. Sekunde mal, ich glaube, jetzt verstehe ich es. Sie haben das alles so eingefädelt. Verstehe. Ihr wollt mich wohl verarschen! Was ist los? Was hast du? Was ist das? Alle haben es gewusst und keiner hat was gesagt! Du etwa auch? Verzeih, aber ich habe es auch erst vor kurzem erfahren. Jetzt reicht es aber! Das ist doch totaler Mist! Alles genau durchsuchen! Das ist doch der Typ von vorhin! Hauen wir ab, ja! Ist schon gut, nur raus damit! Sag mir, wie man den Stein der Weißen benutzt! Mama! Mama? Aber das da ist nicht unsere Mutter! Ihr habt doch bereits bekommen, was ihr wolltet, Tucker! Erdukt dich! Edward! Edward! Edward, du hast mir wehgetan! Na und? Der Tod ist halt kein Zuckerschlecken! Nicht weglaufen! Aber das da ist nicht unsere Mutter! Müssen wir sie töten! Herr damit! Wie kann man in deinem Alter noch in Mamas Brust hängen? Zwecklos! Ich komme immer wieder! Deshalb! Hast du vergessen, dass auch ich Alchemie beherrsche? Verdammt, Erfons! Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich dich berühre! Mama? Hast du es immer noch nicht begriffen? Sie ist nicht unsere Mutter! Ich habe keine Ahnung, bist du! Ist das! Oh, oh, oh! Oh! Ich wusste, dass das passiert.